Dein Vortrag, Kerstin, war unglaublich inspirierend, mutmachend und in die Zukunft schauend. Was du über Visionen sagst, ja, wir brauchen Visionen, weil wenn ich nicht visioniere, dann kann ich auch nicht den Weg finden. Ich brauche den Blick nach vorne. Und es war auch ganz toll, wie du von Scheitern gesprochen hast, denn Erfolg geht nicht geradlinig, Erfolg hat mit Straucheln zu tun, Erfolg hat mit Besinnung zu tun und Neudenken zu tun. Und das alles habe ich in deinem Vortrag gefunden und ich kriege gerade eine Gänsehaut. Es hat mich sehr berührt.